Minecraft Keine Ahnung, 3 Dann herausgefunden, dass du irgendwie auf Playstation Spiel Rift runtergeladen Ich weiß, dass es da ein Spiel gibt Extra Mit einem Hausboot Mehrer weiß ich nicht Ich hab auch keine Ahnung, wie das in Minecraft funktionieren soll Wenn's jetzt einem beim Verkacken zuschauen möcht's Let's go Ich weiß noch nicht mehr, was ich da erstellen Achso, ja passt Hab mir nix einstellen müssen Auch gut Jetzt wird es aktualisiert Ist nie schlecht Ja, ich wollt schon sagen, wenn's ein wenig Zeit mitgebracht habt Gell Ah, legt mich doch durch, Masch Ein paar kleine technische Probleme haben wir da noch, aber das wird alles wieder... Was ist jetzt? Was ist jetzt? 20 Gegenstände in den Ofen schmelzen, indem du einfach... Wie schnell sollen wir den da lesen, alter Grüezi fix Grüezi fix Grüezi fix Grüezi fix Ich hab mich von derer, wo sie gehört Ah, Gutsack So So Wird das jetzt da was mit rauft? Ich bin ja gespannt So, jetzt sind wir, jetzt sind wir da Jetzt sind wir da zum Chat öffnen Mit wem soll ich ihn chatten? Ist ja keiner da? Wom soll ich chatten? So Jetzt pass' einmal Obacht Emotes Aha Herstellen Aha Jetzt pass' auf Ausrüstung, Bau Das ist... Yo Das ist eine Küsten Wie geil Angel Hauen wir uns mal rein Da haben wir noch ein paar Jetzt müssen wir gleich mal Inventar, Inventar-Dings da Angel Was? Also Ich bin jetzt Kein Gestudierter Ernährungsberater nicht Aber dass das kein Opfer sein kann Das kann der E-Depp auch sagen Dass das kein Opfer nicht ist Was haben wir da? Kettenhaube Hauen wir einfach mal rein Was soll der Geiz? Eine lassen wir da Was ist das? Rough Guide Book Oh Anleitung Anleitung Was ist das? Oh Gott, das ist auf Englisch Ja Grüezi Fix Welcome to Rough Survival Servus This is your guide It will help Lead you through the Trivial of this map Ja Legt du mir Masch You will begin the middle of the dangerous sea It is your task to college resource and to create the world around you Oh Sauber Taglist One Use your fishing road to collect dirt from the ocean in order to start your island Two Collect and break open loot from the ocean This has a 10% chance of being fish from the ocean Ein Gruzifix Und da gibt es 8 Seiten Ein Gruzifix Da öffnen wir jetzt durch 3 Use the trading stand inside the crate to... Jawohl Hat you Ja Fill you Oja Oja Lava Oja Da müssen wir uns dann später einlesen Use a water bucket to cool the lava in your gravel to... Geil Use trading stand to city... Ja 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 legt mir Masch, dass es da nicht die Taichaps gibt Hall Legst doch du mir Masch Stehen wir wieder da hin Wenn wir einen englisch übersetzer mal haben, dann machen wir das Habe jetzt... Jetzt habe ich die Angeln ausgeschmissen Jetzt pass auf Mit ihr will jetzt einmal angeln, ich weiß nicht um wo es das geht Ich sag's dir ganz ehrlich, ohne englisch übersetzer, kommen wir mit dem Bier hin auf keinen gröner Zweig nicht Weil... ja Da Kies Kann man mir eigentlich mit dem Boot da vorne auch... ich geh jetzt einmal ins Wasser, vielleicht Verrickekleiner ist vorbei Was? Kann man jetzt mit dem Boot da nicht fahren? Geht das nicht? Kann ich da nicht fahren? Ja, das ist ja... was ist das? Das ist eine Wolle Aber weißt du was ich sag? Dann bauen wir jetzt das erste Mal ab Ich glaub nämlich, dass wir mir das nicht brauchen Das ist ja alles gerade ein Scheißdreck Hä? Warum habe ich das jetzt nicht abbauen können? Warte mal, wenn ich jetzt das kaputt mache, das kann man auch nicht abbauen Ja, da, 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 da ist er Hä? Wollte schon sagen, bleibt da so ein Arschloch Jetzt weiß ich auch was, was dir ich sag Was ist denn das da überhaupt? Was ist denn mit den Pierihatn Das kann dann nachverfolgen aj Du hast Bonus Ikenn Sue Fichtenholzbrett Da Aha món Gero World Ja, das ist ja scheiße, dass du da nicht umeinander fangen kannst, ich hab gemeint, da kannst du ein wenig umeinander düsen von Insel zu Anna, aber was ist denn da hinten? Ich leg mich nicht an, da schwimmt doch was, oder? Meufarricker, wenn ich das tue, gell? Was ist denn überhaupt das? Kettenhaube. Jetzt hab ich's anzusagen. Kann ich da länger unter Wasser bleiben, oder was? Nein, nicht. Da ist ein Fisch. Schau dir eben nicht an. Da ist ein Fisch. Ja, ich hab ja gemeint, da kannst du umeinander fangen. Ja, das ist jetzt behindert. Beim anderen, ich hab noch was gesehen, da ist irgendwas mit umeinander fangen. Ist ja wurscht. Jetzt dürfen wir da ein wenig fressen, brauchen wir jetzt eh nicht. Den Kies beitmen wir uns. Für heftigste, wir brauchen noch ein paar Brille. Da krieg ich so wenig raus. Wir hauen mir jetzt einfach da noch ein so ein Haltstammel zusammen. Oder vielleicht auch zwei Haltstammel. Oder vielleicht auch einfach mehrere Haltstammel. Wir brauchen die jetzt für den Anfang wahrscheinlich einmal, denk ich mal. Da, komm ich ihm. Den hauen wir auch noch weg. Da können wir Ruhe haben von den Scheißdrehen. Oh, vielleicht noch eine Stunde länger. Jawohl. Der geht kaputt. Jetzt hauen wir uns, da weißt du, was ich da sage. Jetzt hauen wir uns da mal ein paar Brille her. Und von den Brille hauen wir uns. Was ist jetzt? Da brauchen wir ein Stöcker, gell? Entschuldigung. Ein paar, ein paar Ball, ein paar Packen Stöckerl. Ein paar Packen Stöckerl brauchen wir. Dann können wir uns jetzt da mal ein Hocken. Schwert brauchen wir nicht. Vielleicht ein Hocken. Glaub ich jetzt auch noch nicht so. Äh, jetzt pass auf. Ich habe vorher irgendwas gesehen, wo ich mir gedacht habe. Was ist das da? Sieb, ey. Mulcher? Grobe Erde. Für was ist ein Mulcher? Bambus. Sieb. Was? Tch, gut. Jetzt hauen wir uns mal die Wolle da oben. Ich hoffe, dass wir es grillen. Sonst haben wir ein Problem. Toll. Warum? Ja, dürfen wir mal angeln. Jetzt wird es sauber Nacht. Wir haben nichts. Wir sind da unten. Da läuft einer. Irgendein Viech läuft da unten. Und was die so geklappen müssen wir da oben? Ja. 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 Na, ja. 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 Lücher Du. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich will nicht schlau draus, ich sag's dir wie es ist, weißt was dir ich sag, wir haben uns jetzt da einfach, das brauchen wir für später nochmal, wir haben uns da jetzt ein Schwert und gehen wir da mal runter und schauen was da unten so los ist, das sag dir ich wie es ist. Und wenn wir verrickern, verrickern wir, dann haben wir ein Schwert und ein Hocker verdauen. Oh Gott, das ist so schlecht. Ja, ich gebe wieder einen Tee. Jetzt schlundere ich noch mal, die Sau. War sehr effizient gelegt. Da gebe ich mir mal einen Apfel her. Friss mir ein wenig Apfel. Ja gut, wir haben auch keinen Hunger nicht. Ja, das ist jetzt ja toll. Ends Fuck, wenn ich nicht weiß, was wir tun müssen. Das ist ja Kacke, wenn man nicht weiß, was wir tun müssen. Jetzt bauen wir mal auf. Jetzt machen wir, jetzt machen wir mal anders. Jetzt machen wir mal anders. Machen wir mal da hinten gehen und gehen wir da rein. Jetzt machen wir mal auf. Was? Ist die schlecht? Dies ist dies, wo wir mehr haben. Rough Survival, da müssen wir uns vielleicht noch einlesen, hat irgendwie nicht so hingehaut. Hat kein Survival-Floß. Ah, hallo, wollte ich nicht. Entweder mit denen oder mit denen. Dann. Oh, nimm einfach dies da. Dann nehmen wir halt dies da. Hälfte auch nichts. Wenn das andere nicht funktioniert, beziehungsweise, äh, ich hab keine Ahnung, was da los ist. Also, beziehungsweise, ich müsste da erst mal rein denken. Ich mach da irgendwas, eine ganze Kleinigkeit, garantiert falsch. Irgendwas wahrscheinlich, hätt ich grad einen Block setzen müssen. Oder irgendein Scheißdreck. Nicht wurscht. Jetzt schauen wir da mal rein. Weil ich hab ja gemeint, da bei den anderen gerade ein bisschen Boote fahren und ein wenig eine Insel erkunden, hab ich gemeint. Aber das ist ja mehr, da bist du ja mitten im Nix, Alter. Jetzt pass auf, Raft-Survival haben wir da, das ist das normale neu herstellen. Extreme Rafts. Welts, ja, ja. Na, da irgendwas wieder runterziehen wahrscheinlich, ewig und drei Tage nochmal jetzt fix. Kann ich nix einstellen, oder? Ach, da stellen wir auch nix um. Weil, ich weiß sowieso nicht, was ich einstell. Ich kenn mich ja nicht aus. Hast du eine Idee? Jaja. Ich hab tausend Ideen. Ich hab so viele Ideen, ich fang ohne los, sonst wären wir heute gar nicht fertig mit meinen ganzen Ideen. Ich bin ja g'spannt, was das jetzt wird. Also das erste war schon mal ein Reinfall. Das war, ich hab mir das anders vorgestellt. Ich hab da gemeint mit meinem Boote und ein wenig der Kundi-Kundi. Jetzt behaupten. Da haben wir wenigstens mal gleich sauer was zum Fressen und mehr Ersatzboot. Und ein Hocker. Ein Hocker. Und die Dinger, ich werd jetzt da alles erkunden müssen. Ich bring jetzt einfach da mal das Fackerl da oben da, weil ich hab sonst keinen Plan, was ich da... Dies ist auch geil gemacht. Das ist neu, Alter. Das hab ich, äh... Bei Pizmiet hab ich das, glaub ich, gesehen. Wir nehmen auf jeden Fall da mal Sachen mit. Einiges an Holz. Also ich bin auch, ich hab's früher gesagt. Ich hab's vorher jetzt... Wir haben es jetzt miteinander gekauft. Dies Spiel da. Weil, ich hab keine Ahnung. Ich hab echt... Ja, wir gehen noch mal ins Inventar da so. Was sind das? Fichtenschalter. Nehmen wir auch mal mit. Ich hab wirklich keine Ahnung, wo's mir irgendwie... Ich nehm jetzt auch einfach Holz mit. Schau mal, wo's geht. Weißt schon. Vielleicht bauen wir uns noch schnell ein Work-Bain... Ja, da ist noch mehr Facki. So! Äh... So. Ach, das ist wieder anders Holz. Okay. Ja, wir bauen uns jetzt da einfach aus den Inventar Riedler. Und dann machen wir ein Work-Bain. Schon ein paar Steckerl, dass wir auch ein paar haben. Die anderen lassen wir mal noch so. So, jetzt nehmen wir da dies und da dies. Die flocken wir jetzt da mal her. Dann gehen wir da rein und dann... Oh, so ein Dings. Ja, genau. Wenn man einmal in Minecraft geht, dann ist man halt einfach drinnen. Jetzt nehmen wir aber trotzdem noch Holz mit. Wuscht, was das ist. Gott, ein bisschen lebst. Sky hätte ich auch mal in Bock. Minecraft Sky. Ich weiß nicht. Auf dem Computer gibt es so geile Sachen. Auf der Playstation, naja. Aber ich hab auch gesehen, dass es da Minecraft Sky gabert. Müssen wir mal schauen, ob das was ist. Ich weiß nicht. Ich bin zur Zeit Minecraft hyped. Zur Zeit ist ein wenig... Ich weiß es auch nicht warum. Ist geil zu fix. Ah, da ist es ja die Kisten. Die nehmen wir auch mit. Kisten, Kisten auf Ehren kann keiner verwehren. Ich säg mein Inventar jetzt gleich schon wieder überquellen. Äh, Holz, Fichten... Fichten, Eichen... Ich säg mein Inventar jetzt gleich wieder übergehe. Ich sag's wie es ist. Dären wir noch nicht ein wenig rauszutieren. Auf jeden Fall Holz. Wir nehmen jetzt Holz mit. Holz, Holz, Holz. Jetzt schauen wir da noch mehr rein. Äh, Eichenholz. Scheiß drauf. Jetzt dären wir mir da so ein wenig da runterbauen. Ja, und der Rieg. Der Rieg muss ich jetzt nicht unbedingt dabei haben. Ich mag so einigermaßen eine kleine Grundlage haben. Ich glaub jetzt aber auch nicht, dass da auf der Scheißinselmitte ein kurze Fixmetall gibt. Jetzt dären wir einfach da mal ein Dings noch mal schnell machen. Äh, jetzt pass auf. Dies hauen wir weg. Da mag ich zwei haben noch mal. Warum ich da jetzt zwei gemacht hab. Frag mich da tot. Na, jetzt nehmen wir die Holzspitzhacke noch schnell her. Die ist eh gleich am Arsch. Ich glaub jetzt nicht, dass wir da gleich Metall finden. Und wenn wir Metall finden, wär's auch nicht schlecht. Weil wir nehmen alles mit, wo's geht. Vielleicht waren da am Anfang erstmal Kohlen. Nicht schlecht. Dass wir mal irgendwie was sehen. Aber ich glaub, dass wir da gleich eine Überflutung haben da drinnen. Wahrscheinlich bin ich schon dreimal an Kohlen vorbei gelaufen. Ich seh's grad einfach nicht. Sand ist schlecht. Komm gleich ein Wasser rein. Wett mal. Da kommt doch gleich ein... Ja. Oder so. Hm. Mag er nicht da. Mag er nicht, mag er nicht. Mag er nicht, mag er nicht. Das war wieder die falsche Inventar dausten. Sauber. Die haben eine Dora. Die braucht... Hallo? Ja. Und schlau. Haben wir wieder aufgesammelt. Kann man die nicht so auch... Wie... Bleibt da unten, das Klump. Jetzt machen wir uns noch schnell, äh... Pickaxe Hammer, äh... Schwerter. 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 Da packen wir's doch nicht so. Die Workbench packen wir noch ein. Das Lagerfeuer. Kann man das mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich brause jetzt einmal ab. Nein, da kriegt man noch Kohlen raus. Geil. Ist ja geil. Schwerter. Ein, zwei, ein Dreck. Die hab gemeint, da kriegt man jetzt gleich... voll den geilen Schüssel raus. Schüssel, mein Niesl. Bisschen Buchstein mag ich noch mitnehmen. Wieviel haben wir jetzt? 35. Ja, gelangt schon. Zur Not. Slaterndl. Slaterndl nehmen wir Freude noch mit. Sagen wir nie nein. Lüchte ist nie schlecht. Jetzt mach ich wieder das Inventar drauf. Ähm... Jetzt passen wir hier auf. Keiner haben wir drauf. Für die Laterndl nehmen wir mit. Dann fahren wir mal mit dem Boot. Insel 1. Fertig, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt... Das hat halt nicht eher weniger... Oh, da ist ein Boot unten. Boat, 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 Motorboat, Motorboat. Das hat ja jetzt eher weniger mit... Raft zum tun, wo du dein Ding aufbauen musst. Da ist das andere, glaube ich, schon mehr mit aufbauen. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist jetzt mehr da so... Insel... ... 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 Das Poderl... Das Poderl brauchen wir nicht, haben wir eins. Wir haben sogar zwei Poderl. Die Laternen nehmen wir mal, dieses Zeug nehmen wir jetzt alles mit. Dies nehmen wir jetzt mal alles mit, das sag ich dir so. Wir haben aber, wo haben wir mal unser... Ich will grad sagen, unser Verteidigungs-Waft brauchen wir mal schon. Jetzt schauen wir mal da weiter. Da drüben ist auch ein Baum. Ich schau jetzt nicht so viel versprechend aus. Da drüben... Der Pferdl. Sauberes Pferdl. Und eine Küsten. Schauen wir uns einmal an. Schauen wir uns einmal an. Gebrautenes Rindfleisch. Hört sich gut an. Gold. Brauchen wir nicht Knochen. Brauchen wir auch eigentlich... Nehmen wir es mit. Nehmen wir mal mit. Und... Schauen wir weiter. Da gibt es Lava. Lava, Lava, Lava. Ich muss... Das wird jetzt heute grad mal schauen wir mal durch. Was alles so gibt neu. Was schon bockt. Beziehungsweise was wir öfters da zacken. Was ich öfters da zacken. Der hat jetzt da nochmal... Ich mein, das ist jetzt schon... Das macht schon... Ist schon funny irgendwie. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, das ist irgendwie eine Herausforderung. Da... Da geht mir einfach die Herausforderung... Bis jetzt ab. Fahrst schon vorher los, dass ich vor dem Creeperweg springe. Und jetzt sagt er, das ist keine Herausforderung nicht, gell. Ja mei. Hälfte oder Sand nix. Ah, jetzt bleiben wir mal da. Jetzt dürfen wir mich da nochmal rauszuhauen. Haben wir es jetzt auch gesehen. Ja. Ich lese mich glaube ich beim ersten nochmal ein. Das wird zu langweilig. Das wird zu langweilig. Das kannst nicht. Bringt nix. Extrem Survival. Was wäre da extrem? Fahrst umeinander und lootst die Inseln ab. Außer der Creeper kommt wieder und springt mich weg. Ja, das ist dann schon ein Nachteil. Jetzt schauen wir uns nochmal schnell an Betwas rein. Jetzt hab ich nochmal Bock auf... Ach, Betwas soll ich auch auf. Skyblock. Skyblock Plus. Mit etwas mehr Spaß. Skyblock. Mega Insel. Nein, Sky... Überlebensinsel. Da ja. 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 Der der die... Da da ja. Da ja. Das ist das mit dem halber desk- Vielen Dank. Nein! Ritzi fix. Lucky Sklaiblock. Kuck. 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 Rekka Random Drop. Skyblock mit zufälligen... Ja mit den zufälligen Drops... Jetzt schauen wir mal wie wir ein Ding sein geben, Survival. Was dann kommt. Und wir dann vielleicht was... Ach, fuck. ... 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 Das ist ja das, was wir schon haben, da wo die Anleitung nicht auf Deutsch ist. Da muss ich mal schauen, was das ist. Fantasy-Sky-Blog. Zombie-Apokalypse. Skim-Planet. Ja, absolut geil. Ja. Irgendwie... Ist auch jetzt nicht so alles... Wenn ich mir das vorstelle... ...pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Sky-Blog-Welten, was ist das? Hat kein Sky-Blog. Gut. Ich weiß nicht, warum sie... Klassische Skyblock Weißt was, das testen wir heute auch noch kurz und dann schauen wir mal, was wir uns holen Beziehungsweise was wir jetzt dann öfters zocken Weil, ich sag mal, bis jetzt ist eigentlich das erste nur gut gewesen Kleinen Moment Ich sehe das sogar nur gut gewesen Das war's genau Und wir sagen was es Grake Vielen Dank. Bis jetzt war das vom Ausschau her, vom Prinzip war das erste das Besser. Da habe ich einen Durchblick verloren. Aber das andere, das zweite, das ist ja ein Leben. Das ist ein Scheißdreck. Habe ich es nicht runtergeladen oder habe ich es runtergeladen? Was ist denn jetzt? Ach, ich habe es nur... So, dann schauen wir da noch rein kurz. Und was wir dann morgen zocken, bzw. morgen schauen wir mal, ob wir morgen überhaupt zocken. Ab und zu einmal. Schauen wir mal weiter an. Skyblock! Schau mir schon mal gut aus. Das ist alles gesperrt. Ich weiß, was wir nehmen. Da ist das klassische Skyblock. Das klassische Skyblock nehmen wir jetzt einmal da. Ehe. Es geht ja nicht. Das war wirklich gut. oder? Aha. Jetzt hat er original die Insel, Entschuldigung. Wenn da die Bündchen nicht sind, wenn ich da einen Baum abbaue, oh Gott. Die Bündchen, die richtige Bündchen. Die Bündchen, die richtige Bündchen. Jetzt pass auf. Nur das Notwendige muss ich nicht mehr, weil wenn wir runterfallen, haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir gerade schauen, ob wir, wenn es geht, einen Setzling. Ich habe zwei, ich habe zwei. Da und da oben droppt. Ah nein, jetzt haben wir ihn aufgesammelt. So mit. Ahol, Alter, sieg Setzlinge. Hä? Die Form, dass wir da immer zum Anfang zugeschmissen sind, dass nicht einmal so Standard einfach nur, äh, die Bündchen. Ah gut, ja, ist ja auch wurscht. Ähm, jetzt pass auf. Jetzt pass eher um Obacht. Wie machen wir das jetzt? Wir sitzen auf jeden Fall da und da in einem Baum her. Die anderen werden wir wieder reinnehmen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man die spielt. Ah, da habe ich dann überhaupt keinen Plan. Mobbt sie mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben uns jetzt dies da rein ins Inventar. Und dann bauen wir uns noch mehr Ding. Ein paar Rädel. Ein paar Stegel. Ein Schaufel und ein Pickaxe. Da ist man mir. So, ein bisschen Spielraum haben. Wir haben uns jetzt da einfach ein wenig einen Spielraum her. Äh, jetzt pass auf. Das brauchen wir eigentlich da nicht. Wir haben uns jetzt da einen Sprühraum hier. Wir haben eigentlich das Gros erst aufbauen sollen, ja. 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 Also, noch mal Glück gehabt. Glück gehabt, Alter. Produktive Seiten, die haben wir da oben, würde ich sagen. Jetzt könnten wir aber noch schnell einmal gar nichts bauen, weil wir nichts im Inventar haben. Der da ist auch nicht mehr zu viel. Einmal den wir jetzt... ... tut sie mir da noch mit kleinen Pop-Bam herhauen. Ja, ja, brav, ich bin ich. Ich muss mich ganz schnell, ganz komplett anders. Das müssen wir nur ein bisserl herausfinden. Weil wir hauen uns jetzt nämlich die Kisten auf die Produktive Seiten rum. Und die haben wir da noch einmal alles rein, was wir nicht brauchen. Nicht so weit. Jetzt gleich wieder alle Blöcke daraus. Und dann mal jetzt da gleich noch mal... ... tauschen. Wenn man das Wasser herkriegt, muss ich noch schauen. Überlege ich mir, zum Phrasen brauchen wir auch mal irgendwas. Ich mag noch nicht abbauen. Aber irgendwas muss ich damit tun. Oh! Du blöde Sau. Gewick! So eine Sau, ja? Wann haben wir jetzt mehr Hammer? Jetzt bin ich schon wieder auf... ... aufgeschmissen. Ich weiß auch nicht, ob's da... ... irgendwelche Materialien für uns gegabert. Okay, da geht's schon mal runter. Aber wir können ja theoretisch... ... alles von da herunten abbauen, weil das brauchen wir eh nicht mehr. Es gelangt eine Ohrschicht unter uns. Wir müssen eine 5000 haben. Dann sind wir halt derweil da mal produktiv, bis es irgendwas anderes da gibt. Ich bin wahrscheinlich der einzige, der wo... ... Minecraft spielt. Der wo Null Plan, aber absolut Null Plan von den Drecks gegeben hat. Ja, da denkt sich grad so, was macht denn der? Ist der total besuffer? Und ich sag, nein! Besuffer bin ich nicht, aber... Ich kann mich trotzdem keine Chance nicht rausnehmen, gell? Jetzt fallst du runter, so ein blöder Bastard. Jetzt sind wir die Axt da noch fertig durch. Und dann machen wir uns gleich mal einen Storhacken. Nein, eine Storhacken. Ich bin ja gespannt, wie lange das dauert, als erstes ich mich runterfalle. Kann, kann gut sein, dass jetzt gleich passiert, oder... Dürf's auf jeden Fall nicht verschreien. Jetzt geh kaputt, du Scheiße! Jawoll! Wenn wir an was zum Fressen gelangen sollen... Dies ist... Dies ist dies, was ich noch... ...nicht ganz kapiert... ...oder kapiert hab. Vielleicht hätt mir doch den... ...die Bienen still lassen sollen... ...und... ...ja warum... ...warum krieg ich die nicht? Ja, so kann ich normal nicht runterfallen. ...den... ...der ich dort helfe dich nicht. Jetzt schau ich's an. Wow! Jetzt schau mal gleich, was da oben gefallen. Ja, dann fall hab ich... ...fick dich halt! So ein... ...hier... ...hier... ...ich möcht' mich auch verarschen. Scheiße! Bei manch ist... ...so schien... ...und bei anderen.... ...das brauch ich gar ned probieren. Das wird dann einfach unser Fluchtbunker da unten. Wir wissen, dass er da ist, wir lassen ihn einfach. Fressen wissen wir immer noch nicht. Keine Ahnung, nein, das wollt jetzt nicht. Pflanzen wir einfach paar Bäume. Fressen wir Bäume, weil es wurscht ist. So, und jetzt müssen wir warten, bis die Bäume gewachsen sind, oder was? Friolette, Wolle, Eis und Lava. Hat's dann nicht einmal... Mei, das halt nicht weiß, wie man das macht. Irgendwas gibt mit Lava und Eis. Pass auf. Das war, glaube ich, falsch. Oh, ja! Jetzt ist halt das Lava weg. Scheiße! Scheiße, Dreck! Das war nicht gut! Das war nicht gut! Das war gar nicht gut! Das war gar nicht gut! Oh nein! Scheiße! Jetzt habe ich noch ein Psi am Block, den man nicht abbauen kann. Haku-Zakra! Ich versteh's aber noch nicht, wie man da was zum... frissen kommen sollt, wenn da... wenn da... wenn da... wenn da keine Samen nicht dabei sind. Wenn... wenn da eine Stadtblock keine Samen nicht dabei sind. So! Gute Nacht! Wenn doch... Ja, da brauchen wir drei Wolle, erlegt mich doch, das kann ja mit der Wolle. Kann ja mit der Violetten Wolle machen. Und wo kommt das Zaun-Deal her? Ja, das riegt mich jetzt auf mit dem Lava-Eimer, dass das so gelaufen ist. Das hätte der perfekte Kabelstern-Generator werden können. Ja, ich sowieso gerade heute testen einmal. Ich sowieso gerade heute testen einmal. Das Fressen wissen wir immer noch nicht. Ich habe auch noch keine Ahnung. Wie? Wir testen einmal jetzt einfach ein ganz bisschen, weil dann bin ich eh mal weg. Das ist das gescheite da. So. Mich interessiert ja das gerade ab und zu einmal. Wie gesagt, das erste Raft, da ließe ich mich noch einmal ein. Da hätte ich, das war jetzt bis jetzt das spontan erste Projekt, das wir jetzt mehr abgeben hätten, wie dies da jetzt so ist. Gut, da haben wir es jetzt verkackt mit dem Kabelstern-Generator. Dies hätten wir machen können. Jetzt schwimmen wir einfach da einmal runter. Wir schauen mal, wo es da hingeht. Da stirb ich wahrscheinlich jetzt dann einfach einmal gleich. Ist doch nicht so gut. Wurscht wäre es eh. Wurscht. Wurscht Wurscht. Ja, jetzt schauen wir noch mal zurück, diese ist gespürt da, jetzt haben wir uns da noch so komisch, nein, jetzt kann ich es nicht mehr Da wenns einen haben, wenigstens da hinten, weißt schon, oder ein paar haben, vielleicht war es einfach wegen einem Spiel Von da haben wir die violette Wolle her, jetzt, oder? Ich verstehe sowieso nicht, was dies da ist Ja, da denken wir uns beim nächsten Mal rein Ich hab jetzt, sei ich ja kein Bock mehr, hab ich Tiere